Hallo, wir sind hier gerade in der Kunsthalle in Erfurt und wir bauen gerade die Ausstellung auf Classic Contemporary, Giselle Freund und Jessica Buckhaus. Und es geht um ein neues Ausstellungsmodell, was die Kuratorin Silke Opitz ins Leben gerufen hat, wobei immer eine klassische Position in der Kunst gegenübergestellt wird, einer zeitgenössischen Position. Und Giselle Freund war eine ganz legendäre Fotografin und spielt auch eine große Rolle in der Geschichte der Fotografie. Und ich hatte das ganz große Glück, Anfang der 90er Jahre habe ich sie in Paris kennengelernt. Und damals war sie 84, ich war 22, war Fotografiestudentin. Und wir hatten dann eine sehr lebendige und sehr tiefe Verbundenheit, Freundschaft, die auch bis zu ihrem Tod angedauert hat. Sie ist im März 2000 gestorben. Und jetzt ist es natürlich was ganz Besonderes, ja, für mich hier ausstellen zu dürfen. Es ist die erste größere Museumsausstellung. Und dann eben auch besonders in diesem Zusammenhang mit Giselle ausstellen zu dürfen, ist natürlich noch auf einer Ebene was ganz Besonderes und Emotionales für mich. Und ja, wir werden jetzt hier am Donnerstag, den 19. September, die Ausstellung eröffnen. Und es werden, ja, diverse Arbeiten von Giselle gezeigt, die ich mit der Kuratorin ausgesucht habe. Und unter anderem werden auch diverse Serien aus meinen letzten 15 Jahren gezeigt werden. Ich würde mich über ihr freuen, sehr kommen. Über ihr kommen, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.